Da muss ich husten. Okay. Verschluckt. So. Der kann sogar noch ein weiter raus. Genau. Kann noch ein weiter raus. So. Genau. Das war wieder falsch. Kriegen wir noch. Naja, jetzt ist es aber gut. Hallo. So. Und dann kommt der dazwischen. Und hier geht das Dach wieder runter. Super. Mhm. Ach, das ist alles so kompliziert hier. Mit der Kletterei. So. Klappt nicht. Also im Survival das zu machen ist immer äußerst schwierig. Ist also wirklich, wirklich schrecklich das zu machen. Äh, Erde. Da. Ähm, kann man das jetzt schon da hin? Ja. Ja. Nein, nein, Chita. Nein, 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 nein. So. So, so, so. Und hier dann ähnlich. Ne? Ne? Man, das. Daneben nicht Und da Und da So Jetzt gucken wir mal, wie wir das von innen hinkriegen Ein Slap So Kann der Gucken, kann das weg Ja Ja Nein, ja Und Da hin Dann kann das auch weg Und ein Slap Dann könnte Dann würde ich die wegnehmen Den weg Den weg Da Nein Nein Super Da oben Dann müssen wir die Karte zum Glück bleiben Und Dann können wir das nämlich auch wegnehmen Und das wegnehmen Ja Das wegnehmen Dann können wir Wow Den Und den dahin Den weg Und den dahin Dann lassen wir den weg So So Fenster. Können wir hier ein Fenster machen? Wäre da auch möglich. So. Ah, mal eben anders hinsetzen. So. Dann wäre das so. Da und da. Da und da. Genau. Und den könnten wir noch hier hinsetzen. Genau, das machen wir auf der anderen Seite auch. So, zack, zack, zack. Hier machen wir das so. So. Und einmal schlafen gehen. So. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Haben wir ein bisschen weniger gequatscht, aber muss man sich auch ein bisschen konzentrieren bei den ganzen. Zumindest ich muss mich konzentrieren. so. Es gibt bestimmt ein paar, die können das so, aber ich muss das machen. so. 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 Super. Was fällt denn da immer runter? haben wir da ein Fenster? Ja. Ja. Haben wir da ein Fenster? hoch machen. Warte mal. Äh. Bisschen. Bisschen. Breiter. Da. Ja. Ja, 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 ja. So. Da. Ah. So. Ähm. Wenn wir hier so eine Treppe hoch machen. Mit so einem kleinen Balkon, wo dann hier unten der Eingang ist. Weil hier ist schon Schluss. So. So. Mehr Gebäude gibt's nicht. So. Das ist so eine kleine Hütte hier. Ich will hier keine Treppe nach oben machen. Sondern dann nehme ich die Treppe außen, weil das dann mehr Platz, äh, mehr Möglichkeiten gibt und innen drin mehr Platz ist. Außerdem haben wir hier unten haben wir diesen Steinbereich. Oh. Das sieht gut aus. Und hier oben haben wir dann einen anderen. innen. Das wird auch klasse sein. Jetzt müssen wir mal gucken, äh, wie man das am besten hinkriegt. so. Warum? Weil... Ja, was ist noch hier? Das gefällt mir nicht so ganz. Wollen wir mal gucken. So, jetzt kommt erst mal die Erde. Die Erde. Und... Und... So. So. Hier, hier und den auch weg. Und... Und... Was ist das? Ich weiß nicht, ob wir so große Fenster brauchen, aber auf jeden Fall erst mit Fenster. Dann hier, hier. Ähm... Bisschen Symmetrie. Ja, ja. Nicht schlecht. Und wenn ich daraus... Holzpfeiler mache. Das sieht ja bestimmt besser aus. Dann hier noch ein paar. Genau. Genau. Und dann kommt das nämlich auch weg. Dann sieht's besser aus. So, so... Und... Und... Dann kommen hier... Sowas drauf. Gefällt mir doch schon viel besser. Äh... Äh... Ah, ja. Zack, zack. Zack, zack. Das müssen wir nur noch ändern. Dann... So. 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 Und dann machen wir nämlich hier... Äh... Die Fenster habe ich hier drin, ne? Den? Nein. Was? Hier. Ach, immer dieses R. Immer R. Ähm... Da hab ich's. Da hab ich's. Da kommst du ja weg. Ganz da hin, so. 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 Und dann kam nämlich hier so ein... Fenster... Nein. Hm. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Aber zumindestens sieht's dann so aus, ob das... gestützt wird. Und das gefällt mir... auf jeden Fall besser. Jetzt ist die Frage, ob ich das hier auch mache. Ne, da mach ich's nicht. mal hier möchte ich... weil hier möchte ich... ähm... das so haben... Da ist die Höhle. So. So. So, dann haben wir nämlich hier so ein... Aha, aha. Äh, die Slabs. Jetzt sieht man wieder nix. Scheiß. Müssen aber schlafen gehen. Zack. Ach, was ich noch vergessen habe. Ja, 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 ja. Die muss ich noch mit dem Gras verbinden. Weil sonst da oben kein Gras wächst. So. 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 Und das machen wir hier auch. So. So, jetzt kann jetzt mal da das Gras hochwachsen. Das habe ich nämlich noch vergessen, weil das sieht so doof aus. Wollt ja ein grünes Dach haben. So. Und jetzt gehen wir hier hinten hin. Machen wir das innen genauso symmetrisch. Dann ergibt sich nämlich die Außenform ganz von alleine. So. Na, haben wir das. 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 So. Äh. Meint. Ein, zwei. Und dann da drauf. Ja. Okay. Dann. Ach, das geht ja jetzt hier wieder nicht. Das geht ja wieder nur so. Muss das sehen. Egal. Ist jetzt gut. Ja. So. Dann gibt es das. 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 Ähm. Baumstamm. Das. Und das. Und das. 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 Und. Haben wir denn jetzt auch genug von denen. Dann können wir nämlich erstmal so die Dachform schon mal machen. Äh. Da. 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 Komm. Gib schon. So. 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 Ähm. Geht bis. Dahin. Und theoretisch. müssten jetzt hier. Ähm. Moment. Äh. Die hier hin. Theoretisch müsste das jetzt abschließen sein, ne? Ne. Ist es nicht. Weil wir jetzt hier überhängt haben. Und dieser Überhang ist. Ne. Der Überhang ist da mit drüber. Ja. Ja. Da haben wir ja ein kleines Dach. Das haben wir hier nicht. Oder das machen wir hier nicht. Auf der Seite. Ähm. Dann kommt das nur so drauf. Und. Das weg. So. So. Ach. Ja, ja. Okay now. Das und das. Ja, sind das so mit diesen vier Pfeilern gestützt? Finde ich schon ganz gut. Das ist die Dachkante. Auch okay. Und jetzt geht's um den Vorplatz. Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. Эi, äi, äi. So. Wenn ich jetzt hingehe und sage, da kommt die Treppe hoch. Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, da ist ja der Slap, das heißt, da müsste normalerweise dann so ... Wäre das so ausreichend? Nee, wäre es nicht. Hm. Hm. Also. So. Ganz so passt es nicht. So, so, so ... Weil ... Wir haben ja hier den Eingang. Jetzt ist die Frage, ob ich das Don't Slaps oder ... Kriege ich die da drunter? Warte, dann ist das hier ein bisschen angenehmer mit dem Reingehen. Okay, probieren wir mal. Hammer die, hammer die, hammer die, hammer die, hammer die, hammer die, genau die. Genau die. So. Das kommt da drunter. So. 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 Das ist das so gut, find ich dir. So und dann so. Für den Eingang. Das dann hier und hier. Aber wir brauchen hier die Treppe. Genau so. Zack, 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 geht da die Treppe hoch. Und dann kann man hier rum und hier rum. Da kommt jetzt dann noch der Slip rein und hier auch. Und die kommen weg. Und da kommt genau das gleiche hin. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Gehen wir eben schlafen. Sieht schon mal gut aus. So. Einmal schlafen. Einmal schlafen. Okidoki. Schlafen. So. 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 So.